Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der ersten Purge. The first Purge, na gut, man könnte auch sagen The Force Purge, ist ja der vierte Teil dieses Franchises. Da es aber ein Prequel ist und vor allen anderen spielt, haben wir hier quasi den ersten Teil, die erste Purge. Und das ist eine Franchise und ein Thema, das man aus so vielen Splickwinkeln betrachten kann. Denn generell die wirtschaftliche Seite finde ich toll, nämlich, dass die bisherigen Teile alle so ein Budget von 8 bis 10 Millionen hatten und meistens so um die 70, 80 eingespielt haben. Also im Grunde auf kleinem Level absolute Geldmaschinen sind. Das reine Purge-Thema an sich, habe ich auch beim letzten Mal, als ich Teil 3 besprochen habe, schon ausgiebig drüber gesprochen, finde ich, ist so ein optimales Theken-Thema. Das heißt, man lehnt an der Theke am Stammtisch und quatscht mit den anderen, was wäre, wenn, was würde man tun. Denn worum geht es bei Purge? Purge spielt in einem fiktiven Amerika, der nicht allzu fernen Zukunft, wo einmal im Jahr eben die sogenannte Purge stattfindet. Das bedeutet, für zwölf Stunden sind alle Formen von Verbrechen, Gewalttätigkeiten, Überfällen, alles, was man tun will, legal. Und auf die Art entlädt sich die Wut des Landes und bereinigt sich quasi das Volk, wie auch immer. Im Grunde stecken da aber auch ganz andere Interesse hinter und das wird jetzt hier auch im 9. sehr klar thematisiert, nämlich wirtschaftliche Interessen. Das heißt, Konzerne nutzen das Ganze, um möglichst die Reichen zu schützen und die sich nicht schützen können, den Armen auszurotten. Und ansonsten hat die Purge-Reihe eigentlich das zu bieten, nämlich viel Action, viel Gewalt und keinen inhaltlichen Bezug. Denn zum Beispiel jetzt im neuen Film taucht keine einzige Person auf, die aus irgendeinem der anderen Filme stammt. Und es spielt ja unbestimmt vor den anderen. Es gibt keinerlei Bezüge. Der neue Film hat aber dann indes genau das, was die anderen Filme auch ausmacht. Wir haben eben die sogenannte Purge-Nacht hier, die wird sie zum ersten Mal ausgeführt und nur in einem kleinen, abgetrennten Teil, nämlich Staten Island. Und da gibt es dann, wie in den vorherigen Teilen, diverse Figuren. Da gibt es die Grundgute Nia, die versucht irgendwie ihren Bruder Isaiah zu beschützen. Gleichzeitig auch noch andere Leute. Da gibt es den Dealer Dimitri, der erstmal sich aus der Sache raushalten will, dann ungewollt reinverwickelt wird und dann da volle Lotte loslegt. Es gibt noch in der Zentrale Marissa Tomei, ich habe ihren Rollennamen vergessen, die quasi das Ganze als Psychologe überwacht und einen schmierlappigen Konzernmenschen, der so völlig absurd war, der da natürlich ganz fiese Pläne dahinter schmiedet. Wenn man dem Film etwas vorwerfen kann, dann sind es die Figuren. Wie gesagt, man hat auch in dem bisherigen Purge-Film kaum wirklich wichtige Figuren. Es gab Frank Grillo, der spielte in zwei Teilen eine wiederkehrende Rolle. Aber insgesamt hat man eigentlich immer irgendwelche Gestalten, die unter irgendwelchen Umständen sich durch diese Purge-Mitzelei kämpfen. Und im neuen Film nimmt man mit keiner davon Anteil. Nia ist zwar eine gute Figur und jetzt auch nicht nervig, aber von der Darstellerin völlig kreidebleich dargestellt. Dieser Junge, der sich da erstmal aus verständlicher Wut in die Bredouille reißt, hat Isaiah gespielt von Jovia Joven Wade. Er hat die Ausdrucksstarke eines Sesambrötchens und der absolut überzogene, zum Held mutierende Dimitri, gespielt von Ilan Noel. Als würde man Metallpfosten abfilmen. Vor allem auch im späteren Drittel, wenn er dann wirklich so Heldenqualitäten entwickelt, sich auch demonstrativ Bruce Willis-mäßig bis aufs Unterhemd aussieht und es gemetzelt sieht. Das mag von der inhaltlichen Dramaturgie her passen, aber von den Figuren her knüpft man kein Stück an. Denn ansonsten hat der Film so ein paar Unterschiede zu den Vorgängen. Zum Beispiel war es ja ein Reiz bei den vorherigen Teilen, dass die Leute dann so richtig schräg durchgedreht sind und dann in irren Masken schräge Verbrechen begangen haben. Das reduziert sich hier auf ein paar ziemlich handfeste Schießereien, in denen weniger Wahnsinn regiert, sondern mehr knallharte Action und geradlinige Ballereien und so weiter. Das, was man von Purge so gesehen kennt, einfach nur in einer neuen Version mit ein paar leichten Modifizierungen. Genau das, was die Reihe erfolgreich gemacht hat und genau das, weswegen sie für mich eigentlich nie überdurchschnittlich hinausgekommen ist, eben abgesehen von der Grundstory. Wir haben hier einen handfesten Actionfilm, viele Leichen, ein paar spannende Momente, eine interessante Grundidee und ich hatte ihn schon auf dem Parkplatz wieder vergessen. Und ich glaube auch, dass dieser hier qualitativ ausreicht, um erfolgreich genug zu sein, um einen weiteren Teil zu generieren. Ob es das sollte, das stelle ich dann mal so in den Raum. Deswegen, wenn ich es in eine Wertung presse muss, sage ich mal drei von fünf Punkten. Es ist genau das, was man von einem weiteren Purge-Film erwarten würde, aber ergibt der Thematik eigentlich relativ wenig Neues. Und wie gesagt, insbesondere, dass man nicht mit einer Figur auch nur irgendwie warm wird, schmälert doch deutlich das Vergnügen. Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf einen vierten Purge-Film? Habt ihr die anderen gesehen? Wie findet ihr das Thema und alles drumherum? Das und was auch immer euch einfällt, haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao. Musik Musik Musik